Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Viele töten für ihn, wir haben ihn, den Final Cut of the Dead in diesem Fall allerdings. Wir, das bin nicht nur ich alleine, sondern das ist neben mir, Timo, der Till. Hallo Till. Moin. Wir hatten das, in Anführungsstrichen, Vergnügen, das französische Remake eines asiatischen Films zu schauen, nämlich den Film Final Cut of the Dead, der im Original One Cut of the Dead heißt. Ich kenne den Film tatsächlich nicht. Ich habe mich also, wie so häufig, schon mit dem Remake begnügt. Du kennst allerdings das Original, Till. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie sich so, ohne jetzt in Spoiler-Gefilde zu verfallen, wo sind so für dich die markantesten Unterschiede zwischen den beiden Filmen? Sie sind beide auf ihre Art erstmal seltsam. Also generell bei One Cut of the Dead empfiehlt, glaube ich, jeder, der den gesehen hat, halt die erste halbe Stunde durch. Das ist das Allerwichtigste. Du verstehst nichts, es ist super seltsam und sieht aus wie so ein richtig trashiger Low-Budget-Film, auf den man keinen Bock hat. Und das asiatische Original, One Cut of the Dead, ist noch ein bisschen seltsamer. Da stimmt irgendwie noch weniger, es ist noch komischer und ist im Nachgang dann aber, wenn es dann aufgeklärt wird oder man sieht, wie kommt es zu dem, was da komisch ist, das hat dann nochmal einen besseren Impact und es ist alles so ein bisschen, diese asiatische Überdrehtheit und Weirdness, diese Seltsamkeit. Die kommt im Original auf jeden Fall besser zur Geltung. Das ist das Seltsame. Wobei der französische halt jetzt auch auf andere Art verwirrend ist. Ja, interessanterweise haben wir es nämlich hier mit einem französischen Remake zu tun. Ansonsten kennen wir das natürlich so, dass die Amis gerne etwas, was erfolgreich lief oder auf dem internationalen Markt erfolgreich lief, Remaken. Hier haben es mir die Franzosen gemacht. Lustigerweise ja mit Michel Hazard, jetzt hoffe ich, dass ich richtig ausspreche, Michel Hazard Navicius. Ein zumindest relativ in unseren Gefilden bekannten Mann, nämlich der zum Beispiel in der OSS 117-Reihe seine Finger im Spiel hatte, aber natürlich auch, glaube ich, am bekanntesten sicherlich ist als Autor und Regisseur des Oscar-prämierten The Artist. Wie war denn das so für dich, als du so die Inkredenzien lasst und die Leute, die da beteiligt sind auf der Remake-Seite? Hat das dich so ein bisschen zucken lassen, dass du sagst, oh Mensch, das Remake möchte ich dann, obwohl ich es vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, doch noch mir mal zu Gemüte führen? Tatsächlich habe ich vorher gar nicht geguckt, wer mitmacht. Ich habe einfach nur irgendwann mal gehört, okay, da gibt es ein Remake aus Frankreich, sobald es geht, gucke ich mir es an und dann habe ich erst hier den einen oder anderen bekannten Namen oder den man mal gehört haben könnte, gelesen. Deswegen war ich im Vorfeld relativ uneingenommen. Deswegen konnte ich mir gar keine Gedanken machen. Aber jetzt ist es natürlich, ja, es ist schwierig. Ich finde, viele finden den Film ja nicht so gelungen, aber jetzt überraschte es mich zumindest nicht, warum es vielleicht nicht so eine absolute Katastrophe geworden ist, wie ich gedacht habe, weil meine Erwartungen waren relativ gering. Und gerade bezüglich, dass er aus Frankreich kommt, man merkt, dass es kein amerikanisches Remake ist, weil ich glaube, auch wenn Hollywood ganz viele tolle Sachen macht, auch ganz viele Murksleider, die hätten es, glaube ich, richtig vergeigt. Und hier haben sie einen anderen Ansatz genommen. Das Ganze, also so, man muss halt ohne Spoiler reden. Das ist das Problem. Das, was in dem Original passiert, in der gleichen Welt spielt auch das französische Remake. Also das, was passiert im Original, das wissen die aus Frankreich quasi. Und daran wird es aufgebaut. Das ist kein Remake im Sinne von, wir machen das, was die Asiaten gemacht haben, sondern wir in Frankreich, in der fiktiven Welt, in der das spielt, gucken an, was war da bei den Asiaten. Und wir übernehmen das einfach mal so. Klingt alles total weird, wenn man nicht weiß, worum es geht, aber man darf nichts verraten. Das ist einfach so. Das ist wirklich, also deswegen, wenn sich die geneigten HörerInnen schon fragen, wo bleibt die Synopsis, wo ist Chris, der das sonst so toll kann? Denn wir werden bei diesem Film wirklich darauf verzichten, eine Synopsis mitzugeben, weil es wirklich euch zumindest, sagen wir mal, 40% des Sehvergnügens kaputt machen könnte. Und wenn ihr so wie ich auch keine Ahnung habt, worauf ihr euch da einlasst, weil ihr das Original nicht kennt, dann genießt das am besten. An dieser Stelle vielleicht auch schon den Podcast nochmal kurz pausieren, denn wir gehen natürlich auf so ein, zwei Aspekte noch ein, die jetzt aber von der Story her vielleicht nicht so relevant sind. Aber dann wirklich unanbefangen ins Kino gehen und dann vielleicht unsere Besprechung nochmal zu Ende hören. Denn du sprichst einen Punkt an, der sehr, sehr interessant ist, der so, finde ich, so das Kleinste und auch das Modernste ist, was so in Final Cut of the Dead sich unterscheidet zum mir nicht bekannten Original. Nämlich, dass wir so ein bisschen Metaspielereien dabei haben, die mich persönlich ein bisschen, also ich hatte am Anfang das Gefühl, ich gucke einen sehr, sehr üblichen, französischen, anstrengenden Klamauk- und Schabernack-Film, weil es wirklich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand das erste Drittel sehr, sehr anstrengend. Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir war es halt so, ich habe die ganze Zeit auf Minute X gewartet, wobei ich jetzt im Remake nicht wusste, wann sie kommt, aber ich habe auf Minute X gewartet, um zu gucken, wie machen die es. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Deswegen war es für mich tatsächlich nicht so anstrengend. Verwirrender war ich eher, dass die alle japanische Namen haben, aber nicht die Schauspieler, denn wir haben ein Filmteam, das wir beobachten, das will ein Zombie-Film, Low-Budget-Zombie-Film drehen und dann geht alles schief und es kommen echte Zombies. So steht es in der Kurzbeschreibung bei Letterboxd zum Beispiel. Es hat mich eher, ich habe eher beobachtet, weil ich wusste, was kommt. Das hat mich vielleicht ein bisschen anders darauf vorbereitet, auf das Ganze. Ja, und ich muss sagen, nochmal, ich kenne das Original nicht und dennoch war es für mich am Ende, gerade jetzt beim Remake, gar nicht so überraschend, was denn mir da gezeigt wird. Das heißt, der doch ja schon eklatante Twist, der hat sich jetzt für mich gar nicht so angefühlt, als sei der aus heiterem Himmel gekommen, sondern einerseits schnappt man vielleicht ein bisschen was über die Jahre über das Original auf. Das war bei mir allerdings nicht der Fall, sondern man ist natürlich auch so ein bisschen erfahrener, was so Sehgewohnheiten angeht. Und dementsprechend ist es wirklich der Twist, der sich hier, auch wie ich finde, gerade im ersten Drittel schon ankündigt und zwar überdeutlich, ist jetzt gar nicht so bahnbrechend, wie ich ihn mir zuerst ausgemalt habe. Apropos nicht bahnbrechend, so von der Besetzung her, da muss ich ehrlicherweise sagen, da sind jetzt ein paar vielleicht weniger bekannte Gesichter aus dem französischen Kino dabei, was ich mal ganz angenehm fand. Also für mich schon das bekanntes Gesicht ist der Hauptdarsteller Romain oder Romain Duré, der den Remis, den Regisseur spielt. Aber ansonsten sieht man da wenig bekannte Gesichter und da fehlt es sozusagen auch dem zweiten, vielleicht größten Argument bei Remax, nämlich so an Starpower. Wie war es da bei dir, hast du irgendwelche bekannten französischen Gesichter vermisst? Also wo ist denn Oma Si, wenn man ihn mal braucht? Ja, das stimmt. Und für mich war es okay, weil die Herangehensweise von diesem Film hat es eigentlich hergegeben, dass mir die Gesichter, also wirklich die echten Schauspieler, die da performen, relativ, da war es mir egal, wer da auftaucht. Also hätte ich da jetzt irgendwie eine Madame Paradis gesehen, wäre das vielleicht noch die eine Sache. Aber wie heißt die Vanessa Paradis? Ja, genau. Ich glaube, heißt die Vanessa, ja. Falls es die echten Hörer noch wissen, das ist eine, ich glaube, ganz jahrelang die Beziehung zu Johnny Depp gewesen. Genau, genau, auch, genau. Sogar mit Kindern. Das wäre vielleicht noch so ganz cool gewesen, aber das wäre mir eigentlich egal. Das ist ganz komisch, weil ich finde den besser als viele andere, denen ich so folge. Einfach, ich weiß nicht warum, ich habe den halt irgendwie genossen, weil ich dieses Meta-Ding mit wir spielen in der gleichen Welt ganz cool finde, da waren mir die Schauspieler dann auch tatsächlich nicht so wichtig. Ich muss auch sagen, dass dieser Meta-Aspekt mich dann doch, auch wenn er jetzt mittlerweile etwas durchgenudelt ist, dass er mich dennoch so ein bisschen, sagen wir mal so, mehr ins Boot holte, weil, nochmal, diese erste halbe Stunde ist wirklich, wirklich anstrengend, weil man sich wirklich die ganze Zeit fragt, was ist das denn? Was soll das denn eigentlich? Weil es auch teilweise hart an der Grenze zum Trashigen ist, auch was die Location angeht und man so nach und nach so langsam sich das so entwirren lässt und dann haben wir irgendwann, finde ich, so den Moment, wo es gar nicht mehr so sehr darum geht, so was ist da passiert, sondern wie wird das Ganze quasi jetzt dargelegt und nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt und das fand ich sehr, sehr überraschend, weil da kenne ich verschiedenste Filme, auch Thriller, dieses nochmalige Zurückkehren an Schauplätze, die wir schon gesehen haben und das nur nochmal aus einem anderen Blickwinkel uns zeigen, unter anderem der auch ja sehr bekannte Vantage Point, also acht Blickwinkel, wo du so das Gefühl hast, ich gucke jetzt zum dritten Mal das gleiche aus einer anderen Perspektive und es wird irgendwann sehr, sehr langweilig und da kriegt der Film, finde ich, eine ganz gute Kurve, dass man nicht das Gefühl hat, dass man sich komplett langweilt, sondern man sieht das Ganze, wie es dann sich aus der anderen Perspektive darstellt und das hat so seinen Charme. Da sind natürlich aber auch ein paar Sachen dabei, die, was den Humor angeht, schon sehr mit dem Holzhammer zusammengezimmert sind, das muss man ehrlicherweise sagen, oder? Wie ging es dir so mit den einen oder anderen Seitenhieben auf die, ja sagen wir mal, Schauspielkunst beziehungsweise auf die Schauspiel, auf das Fach des Schauspiels? Ja, das war nicht so um die Ecke gedacht. Das war nicht unauffällig. Also man musste nicht irgendwie Vollprofi-Seniast und Drehbuchautor und Filmemacher sein, um das zu verstehen. Das checkt wahrscheinlich 95 Prozent, 99 Prozent. Und das, da ist halt, wie gesagt, das Original hat so einen krasseren Kontrast, gerade von der ersten halben Stunde zu danach. Das klappt da tatsächlich besser. Deswegen auch, es ist, man kann nicht spoilern, das ist so unfair. Ja, das mit dem Humor hat mich auch nicht gestört. Es war halt mit dem Holzhammer. Ich weiß gar nicht, ob ich viel gelacht habe. Ich glaube nicht. Es war einfach nur so, aha, aha, okay, so machen die das jetzt hier im Gegensatz zum Original. Ich habe einfach eher nur analysiert und verglichen. Apropos Vergleichen. Wir sind jetzt mal so todesmutig und gehen mal davon aus, dass diejenigen, die jetzt noch bei uns zuschalten, auch ein bisschen den Vergleich hören wollen zwischen Original und Remake. Deswegen würde ich jetzt doch so einen, ich würde es mal so einen milden Spoiler-Part nennen und doch so ein, zwei Aspekte dich fragen, die dir am auffälligsten waren, die sich zwischen dem Original und dem französischen Remake jetzt entschieden, die sich unterschieden haben. Wie schaut es da aus? Also nochmal für alle, wer jetzt den Film ganz unbefangen sehen will, der solle bitte an dieser Stelle schon mal unser Fazit hören. Das heißt, wir werden gleich so eine kleine Empfehlung oder Empfehlung geben und danach machen wir so einen ganz kleinen Spoiler-Teil, damit ihr so ein bisschen eine Ahnung habt, ob ihr den Vergleich zwischen Original und Remake, ob sich das lohnt und ob ihr dann vielleicht nochmal euer Kinoticket lösen solltet. Till, würdest du jetzt als jemand, der das Original kennt, das Final Cut of the Dead Remake, würdest du es empfehlen oder würdest du sagen, lasst lieber die Finger davon und spart euch euer Kinogeld? Ja, ich würde tatsächlich sagen, geht, also ich würde dafür nicht ins Kino gehen, ich wäre dafür auch nicht ins Kino gegangen. Ich würde das Ding, was es ja einer kauft sich eine günstige Blu-Ray, der andere nimmt die 99-Cent-Aktion bei einem Streaming-Anbieter, so würde ich es eher sehen. Ich würde tatsächlich nicht dafür ins Kino gehen. Ja, ich glaube, das geht mir eh nicht. Also das war nun die Möglichkeit, dass wir per Screen an diesem Film zuerst gesehen haben und uns ein Bild davon machen konnten. Ich glaube, für eine Pressevorführung wäre mir das keinen freien Nachmittag oder freie Zeit wert gewesen. Es war okay. Ich fand es einigermaßen anstrengend im ersten Akt. Ich fand den zweiten Akt dann sympathisch her, aber immer noch sehr nichtsagend. Und im dritten Akt, ja, da gibt es dann so ein, zwei Momente, wo man dann schon mal so merkte, ah, da kommt dann der berühmte Aha-Effekt. Aber ich weiß nicht, ob das, ja, ob es dieses Remake und am Ende, in Anführungsstrichen, dieses berühmte, hat es das gebraucht. Aber die Frage werden wir vielleicht jetzt nochmal beim Vergleich der beiden Versionen so ein bisschen beleuchten. Wie gesagt, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wer jetzt noch reinhört, da gehen wir davon aus, dass ihr Final Cut of the Dead beziehungsweise One Cut of the Dead schon gesehen habt und vielleicht Final Cut of the Dead nur ein bisschen als Vergleich und Referenzmasse sehen würdet. Fallen dir irgendwelche Dinge auf, die im Original ganz anders gemacht werden als im Remake? Ich bin ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es im Original eklatante Fehler oder eklatante Unterschiede gibt. Es ist im Endeffekt tatsächlich eins zu eins. Die Unterschiede sind halt gerade für mich, dass es nach, also es am Anfang, ganz direkt am Anfang wird eine Szene gespielt, die kriegen die Schauspieler oder die eine Schauspielerin einfach nicht hin. Der Regisseur rastet ein bisschen aus so und danach macht die Crew eine Pause und da kommen dann die Unterschiede. Dass diese, das komische Verhalten, komische Pausen im japanischen Original jetzt, die sind einfach viel besser gesetzt. Das Timing ist einfach viel besser und das löst sich dann auch dadurch ein bisschen besser auf und ist deutlich schräger und bei den Franzosen haben sie es irgendwie versucht, das ist schwierig zu erklären, irgendwie versucht, hochwertiger aussehen zu lassen, obwohl sie ja einen Low-Budget-Film drehen und auch so komische Kamerapausen gesetzt. Also die Kamera filmt nur ins Leere und man weiß nicht, was passiert da. Das ist alles irgendwie trashiger im Original, aber also gewollt trashig. So, da ist so der Unterschied und auch die Auflösungen am Ende wirken nicht so konstruiert. Also im Französischen dann kam es mir so vor, als wäre, okay, die müssen sich natürlich überlegen, ja, wir machen ein 1 zu 1 Remake, aber wir müssen irgendwas anders machen und das, man merkt genau quasi, wie die Köpfe rauchen im Hintergrund, wie können wir es noch ein bisschen filmischer darstellen. Also es wirkte mir in dem Ganzen, wir müssen improvisieren, irgendwie zu konstruiert. Es ist schwierig, schwierig zu greifen, vielleicht auch nicht, aber das war so, was mich stört. Und ja, nochmal zu den Jokes, das war halt, es gab irgendwie irgendwelche Pearl Harbor Jokes, weil das Original ist ja aus Japan, so bla bla bla, ob das jetzt lustig ist oder nicht, muss man selber entscheiden. Ja, es ist dadurch, dass es eine exakte Kopie ist, die aber gleichzeitig im selben Universum spielt, irgendwie unnötig, was ich dann ganz lustig fand und jetzt gehen wir wirklich ins Hardcore-Spoiler, jetzt im Drehbuch, innerhalb des Films, das Drehbuch, da haben die Charaktere, sprechen sich immer mit japanischen Namen an und das ist aufgrund von Rechten, die es, wir sprechen immer noch von der Filmwelt, in der wir uns befinden, da sagen die auch, ja, wir haben die Rechte nicht bekommen und deswegen müssen wir die japanischen Namen nehmen. Das war so ein bisschen der Versuch, glaube ich, das Seltsamkeit, das Weirdness-Level irgendwie hochzuschrauben, aber da stinkt es einfach ab gegen die seltsamen Japaner, die wir sehen im Original, weil wir sehen dann auch halt die Privataufnahmen und da sind wir viel mehr auch in der Entwicklung noch mit involviert. Ja, das ist so schwierig, es ist wirklich einfach so schwierig. Ich hatte noch so das Gefühl, dass da so ein leichter, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, One Cut of the Dead ist ja, glaube ich, Anfang der Zehnerjahre erschienen. One Cut of the Dead, warte mal, der ist, ganz so spät, der ist 18 oder 19, 17, also gar nicht so alt im Vergleich dazu, allerdings hat sich in der Zeit ja was, was so Twitter-Babbeln und Woke-Twitter hat sich ein bisschen was getan und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Aspekt ein bisschen deutlich herausgearbeitet wurde und dass dieser, dass so ein bisschen das, dass die Idee ist, die die MacherInnen des Remakes so ein bisschen nach vorne treten wollen. Du hattest diesen Pearl Harbor-Witz schon genannt, da fällt halt häufiger mal der Satz so, das kannst du doch so nicht sagen und da hatte ich das Gefühl, dass das diesen etwas noch moderneren Anstrich unserer aktuellen oder unseres aktuellen Zeitgeschehens trinkt. Ist das so ein Aspekt, der im Original natürlich komplett wegfällt, solches wie Geschlechterrollen oder Wokeness oder ist das da auch in One Cut of the Dead, ist das auch ein Aspekt? Ich wüsste, ich glaube nicht, nein. Das ist, also wir haben, wir haben eine, im Original ist eine Frau, ich glaube, das ist die Ehefrau des Regisseurs, wenn ich mich nicht täusche, die zu Hause so ein bisschen, also die ein bisschen Selbstverteidigung beherrscht. Das ist dann halt die Frau, die sich wehren kann, aber das ist nichts, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt politisch korrekt sein und daran hält sich der Film sowas nicht. Das ist einfach, da hat sich, glaube ich, niemand darüber Gedanken gemacht, wir brauchen jetzt hier eine starke Powerfrau, wobei Japan ja auch, was Frauen angeht, immer ab und zu auch nochmal hinterherhängt. Könnte sein, dass der Drehbuchautor sich das dabei gedacht hat, aber ich glaube nicht. Das ist eher, und jetzt will ich auch nicht dir zu viel verraten, das, was sie macht mit ihren Abwehrbewegungen, eher noch ein bisschen Teil des weiterer Gags oder Running Gags für den Film. Das ist primär das, da geht es nicht darum, wir müssen die Frau stark zeigen, es ist alles ein Running Gag, was sie da macht. Und eine letzte Sache noch, ich fand, da ist ja nun eine Vater-Tochter-Beziehung, die zumindest kritisch oder am kriseln ist und so ein bisschen aufgrund der Tätigkeit des Regisseurs am Set, der dann ja auch seine Tochter da mitnimmt und da so einen runden Bogen schlägt. Ist das im Original auch ein Aspekt oder ist das tatsächlich etwas, was die europäische Remake-Fraktion da so ein bisschen mit reingebracht hat? Das hätte mich noch interessiert. Ja, das habe ich mich während des Films jetzt auch gefragt. Da konnte ich mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber so diese dramaturgischen Sachen zwischen Vater und Tochter sind es glaube ich nicht. So, da muss ich leider alle jetzt enttäuschen, weil da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal geguckt, aber das letzte Mal ist auch wieder schon eine Zeit her, kann ich dir nicht, kann ich dir nicht sagen so genau. Aber es ist mir nicht in Erinnerung, dass es so prägnant ist zumindest. Ja, das war nämlich so, um nochmal qualitative Bewertungen einzugehen, das war so für mich ein nettes, aber dann irgendwie auch sehr, sehr, du hattest das Wortschirm, aber das konstruiertes Element in diesem Film, weil ich dann schon das Gefühl hatte, dass der Film auch sehr, sehr viel aufwendet, um diese Plansequenz zu erklären, was da genau alles passiert und was da auch im Endeffekt schief läuft und dass dann das noch so ein, ja, es sollte sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte sein und ich hätte die ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich fand den Film, der ja auch wirklich mit fast 115 Minuten, wie ich finde, arg, arg lang geworden ist für das, was er dann am Ende auflösen muss, nämlich eigentlich nur noch das zeigen, so wie ist das passiert und nicht was ist da eigentlich passiert und so haben sich bei mir am Ende auch so, ja, leichte Hänger und Längen eingeschlichen, sodass ich echt dachte, Mensch, also das könnte gut eine Viertelstunde knackiger gewesen sein und vielleicht ist das was der Ballast in dieser Film gar nicht gebraucht hätte. Ja, ich glaube auch, das Original geht 96 Minuten und das ist wirklich auch schon eine Herausforderung, weil, wenn man es nicht kennt, der Anfang einfach wirklich die Hölle ist erst mal, ne, ähm, ja, das ist das Klassische, es ist halt zu lang, das hat man ja, alles muss mindestens zwei Stunden gehen, das ist halt was, was ein bisschen nervt, 96 Minuten mit Abspannen passen da viel besser rein. Ja, das stimmt. Dann hat man auch einen besseren, also ganz kurz, einen besseren Payoff nach 90 oder ein bisschen mehr als 90 Minuten, als wenn man wirklich nochmal fast 20 Minuten länger da sitzt. Der Payoff ist einfach viel, viel größer beim Original, ja. Ja, und man hat das Gefühl, dass diese Zeit nicht gut investiert ist, also natürlich haben wir so ein paar Figuren, die so ein bisschen was noch bekommen an Backstory, in Anführungsstrichen, oder so ein bisschen Fleisch, sei es der Trinker, sei es der abgehobene Celebrity, sei es die Ehefrau, die dann warum auch immer kein Schauspiel mehr oder kein Schauspiel mehr sein darf und dann wird es am Ende des Ganzen natürlich auch gezeigt und nicht nur vorher schon erzählt, sondern es wird auch noch gezeigt, woran das denn liegt. Aber so, ich fand es dann einfach wirklich zu lang, also da hätte in der Kürze wahrscheinlich die Würze gelegen. Wer sich trotzdem in den Film trauen möchte, wenn er in euren Kinos, ich schätze mal in meiner Heimatstadt zum Beispiel, wird er nicht laufen. Ansonsten habt ihr ab dem 16. äh, 16. September ich schon fast gesagt, ab dem 16. Februar, also kurz nach dem Valentinstag, die Gelegenheit dazu. Der startet nämlich tatsächlich in den deutschen Kinos. Till, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du als der Experte in Sachen One Cut of the Dead uns oder mir zur Verfügung standest zum Gespräch. Du hast auch gleich das letzte Wort. Ich würde ansonsten nur den HörerInnen sagen, abonniert weiterhin den Tele-Stammtisch, abonniert unsere Social-Media-Kanäle, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen und gebt uns auch immer gerne Rückmeldungen, wie wir momentan so mit diesen Starts verfahren. Wir sind ja so ein bisschen im Zwitterwesen, wir machen einserseits doch noch so ein paar Besprechungen von etwas kleineren Filmen und hauen sie dann aber solo raus, sodass ihr auch kleine feinde Besprechungen wie diese hören könnt. Gebt uns da also gerne Feedback, wie ihr das findet und, äh, so eine persönliche Frage, braucht ihr auch wieder am Ende so eine Wertung oder könnt ihr darauf gerne verzichten? Wir verzichten ja mittlerweile ganz gerne darauf. Ich bin ansonsten durch, Till, und du hast das letzte Wort. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Guckt euch das Original auf jeden Fall an. Zu 100 Prozent. Haltet durch. Haltet, haltet einfach durch und dann wisst ihr auch, warum ich hier so komisch um den heißen Brei rede und gar nicht richtig weiß, was man, was ich sagen soll, weil eigentlich rede ich ganz gerne. So, ich wünsche euch viel Spaß. Guckt das Remake erst nach dem Original und haltet durch. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.